Ja, schönen guten Abend. Willkommen auf den Schlachtplatz. Der Schlachtplatz des Lebens. Es ist Montag, deswegen auch Leben. Ich bin hier quasi von der Arbeit weg und gleich mal wieder hierher und gucken, was hier so zu kämpfen gibt. Mal schauen, wie ich es mich anstelle. So, ich geben wir gleich einen Pop und gucken wir an, er hat das relativ frisch gestartet. Und ja, hier vorne ist schon ein Punkt. Dann geht richtig da erstmal ein. Oh, und ich werde gleich erschössend. Na, hey, das ist wie noch mal die. So stelle ich es mir zumindest vor. Kommst rein, bist du weg. So, das ist mir aber sowas für ein Titte. Ich gehe da einfach nochmal und steig da jetzt raus. Bin dann hoffentlich dann auch relativ schnell dabei. Macht nichts. Sie haben überall ein bisschen was. Ich gehe mal hier so ein bisschen in Deckung. Ich bin gleich weg. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wie schaffen die das eigentlich? Ja, eigentlich gefällt es mir eigentlich schon mal richtig gut jetzt hier. Die Hälfte hängt draußen rum. Da hängt welche rum. Da kommt unsere Sanja Einmord. Ja, das ist schon was. Wir sind eigentlich rein theoretisch 20 Leute mehr als die anderen, aber aus irgendeinem Grund wird es nichts. Ja, der hat seine eigene Trio gehabt, aber das ist das Problem. Ja, genau. Macht mal, macht mal was Leute. Da geht es gar nicht weiter. Die haben das unter Beschlag genommen. Ich guck mal hier mal weiter. Ansonsten geht es einfach mal volles Rohr rein. Und rein dann nachher ins nächste Level. Ja, klar. Landet da hinten dann nachher, wo es definitiv Sinn macht. Ah, der hat mich doch noch erwischt. Ich habe gewusst, dass da was ist, aber ich dachte, ich könnte ihn in der Hügel vielleicht ein bisschen mehr safen. Aber nein, da waren sie gewesen, obwohl ich weiß, dass ich ihn mal angreifen muss. So, und rein. Hier vorne am Strand werde ich zumindest nicht mehr weggehäuzt gleich. Da nützt es nichts gleich, klar hochzulaufen. Wir müssen da wirklich da rüber und den nächsten angreifen. Kommt mir was wolle. Alles konzentriert sich da schon mal dahin. Und ja, man kann natürlich auch hier unten ein bisschen safen. Wir setzen den Fall dann nachher. Es gibt noch andere Leute. Und die hier sind nicht die einzigen. Aber wir brauchen einen Safe Squad auf jeden Fall. Wo wir starten können. Und dann bin ich ja absolut unterlegen. Ich würde mal sagen, das sind drei, vier Leute da oben. Vielleicht ist es so recht, ich bin nur auf dem Viertel. Ich höre hier auch gerne das Teil doch mal was. Ich schieße mal was rüber. Doch, nee, jetzt klappt es. Gut, dann bleibe ich jetzt mal hier stehen. Hier erreichen sie mich nicht so leicht. Dann müssen sie schon herkommen. Mal schön spotten, Leute. Noch mehr spotten. Rennen oder fliegen. Die Idioten. So, jetzt kommen sie hier. Jetzt haben sie sich eingeschossen. Gehen wir rüber zum nächsten. Da schießen sie sich auch ein. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, ist der erste schon wieder da. Zack, wir haben es doch. Da kommt's. Da kommt's. Sollen sie doch schießen, was sie sollen da, Drecksen, Leute. Also, ja, Bad Language. Ist auch wirklich so. Ist ein bisschen assi, da einfach reinzuballern. Aber gut, das würde ich jetzt auch nicht anders machen. Bleibt hier stehen, Leute. Wartet ab, bis das hier die Fahne oben ist. Dann haben wir Einstiege. Da sind noch andere Leute am Start. Die arbeiten ja alle zum ersten Mal auf dieser Map. Die sind ja nicht umsonst so clever gelegt. So, das war's. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. So, da haben wir das erste schon erreicht. Da würde ich nur noch nicht auf den Tower erst ist. Und gehen jetzt rüber auf den nächsten. Ab in die Wand. Aha, da war ein bisschen auch stehen geblieben. Lass mal gucken, was da rumfeuert, statt weiter zu rennen. Ich hatte doch gar keine Chance. Aber ich kann jetzt den hier nehmen. Und der andere Spot da hinten ist auch schon. Ja, klar. Ich starte hier 30 Kilometer entfernt von diesem A-Spot. Fantastisch. Alles klar, dass ich gleich erwischt werde. Gehen wir mal zu dem hier. Super. Bleibt doch einfach stehen hier, Leute. Ist doch prima so. So lange es die Idee kommt, das Haus wegzureißen, ist alles prima. So, wollen wir weiter? Ihr seht ja schon weiter. Sagt doch mal, Leute, was. Ich bin nur der Letzte auf der Party, der jetzt nie weiß, wo es lang geht. Mal gucken, ob man da herkommt. Ist das schon was da? Oh, das sieht gut aus. Anfängen liegen kleine Schwierigkeiten, aber das ist ja normal, ne? Irgendwo ist hier noch einer, der hier rumlungert. Ja, klasse, ey. Hat jemand noch mal Medik zufälligerweise dabei? Wie? Ach, scheiße! Klasse, hätte denn ich in der Zwischenzeit doch mal den ertöten können? So. Nichts? Ihr seht mich nicht. Gut. Was seid ihr? Wo wollen wir hin? Darunter? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N ist auch dabei. Übersehlich geht das. Ah, ja, okay. Jetzt weiß ich, welche Map das ist. Ach, kommt schon, Leute. Jetzt reicht es mir aber. Alle irgendwie mit irgendwelchen Meisterschützengewehren unterwegs. Also, das mach ich dann. Och, wenn ihr so seid. Oh, ich seh die nie. Mann, ey, kann ich nicht mal irgendwelche bunten Farben anziehen, damit ich die auch erkenne? Die ist nicht so gelb, lila, bunt. Was? Wie ist denn? So. Was ist denn? So. So, naja. Ich glaube, wir sehen die Reden, haben sie uns weggeholzt da, oder? Er hat seine Taschenlampe extra an ihr habt, um mich nur erkenne. Darum weiß ich auch. Ich habe vor die Füße geschossen und der mir auf den Kopf. Das ist ja einer ihrer Soldaten. Ja, freundliche Sanitäter. Ja, ein Sperr. Ich habe hier einen Sanitäter. Ja, wie draufhin habe ich ihn noch. Ich habe ihn noch angelächelt. Ja, aus der Entfernung macht das schon Sinn, da irgendwo auch noch einen Sanitäter dabei zu haben. Da kann ich noch einen Sanitäter halten. Einen Sniper dabei zu haben. Hä? Was war denn das jetzt so? Hat er jetzt nervös nach links gezuckt, oder was? Und dann nach rechts geschossen. Rechts vorbeigeschossen. Was ist denn das für ein Quatsch? Manchmal freue ich mich da wirklich drüber. Ja, das hilft ihn jetzt aber auch nicht mehr. Ach, Mann. Du hast wirklich meistens höchstens Einschusszeit. Weil wenn du gerade so in der Ecke rumstehst. Hast du mal den Infiltrator-Kit gesehen? Kommt noch mehr. Das verstehe ich jetzt natürlich sehr viel. Ja. 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 Ach, Dario. Ach, ne, 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 ja. Ganz, ganz schrecklich. Wenn man die Leute nicht sieht. Ach so. Oh, der steht immer noch da rum. klasse scheinen sich in guten Weise hier alle zu konzentrieren, ich weiß nicht warum so, jetzt sind sie noch mal weg jetzt geht das natürlich auch nicht mehr ich glaube, der ist ganz von allein um hier gefallen na, mal gucken ich glaube, das macht sich hier dann auch ganz gut das Problem ist mit dieser Riffe ist natürlich ganz ganz schlimm da irgendwie Vorstöße zu machen er sieht den kaum man, der hat wahrscheinlich irgendwo plus 30 ah, ok ja ich denke mal zurück, bevor ich eigentlich gesnipert werde again man, hier sind so viele Leute geh mal aus dem Weg so na, ich oder wohin? wohin? und hier hat man nicht alles, was man braucht Entweder sind das zu weit weg, die Gegner, oder zu nah dran wir haben Einsatzziel Emil erobert wir haben es geschafft, Jungs, wir haben es geschafft, Jungs wir haben es geschafft, Jungs das Ziel ist, glaube ich, unsere Hand Okay, ich geh wieder rein. Das ist ziemlich neu, die Gegenrichtung zu dem, wie ich wollte. Was ist denn das hier für den blöden Letzgefleck da? So, naja. Ich glaube, Battlefield 1 ist immer noch das beste Battlefield ever, aller Zeiten. Das macht theoretisch Spaß. Hier ist niemand vor Ort. Ich verstecke mich hier mal ein bisschen. Auch gar nicht auf dieses Schütz rein. Oh, cool. Ich war noch nie auf diesem Schütz drin, ne? Okay, und kann ich noch was machen? Oh, runter. Das war so eine Scheiße, ey. Gut. Kann ich sowas noch nicht gebrauchen. Aber zumindest ist... Wir verlieren Einsatzziel E. Ah, das macht nichts. Wir haben hier F gleich. F ist viel besser. Viel besser. Dann gehen wir zurück nach E. So, nachdem ich fast weggeholzt wurde. Jetzt gucken wir mal nach. So, du Scheiße. Der ist doch schon da. Ja, hier hat man das erschossen. Irgendeiner Sniper hängt immer noch irgendwo rum und ballert dich weg. Das soll er doch machen. Das ist ein blödeser Noob. Na ja, das war nicht unser, oder? Er ist mit dem Mutti gelaufen. Aber... Noch getroffen. Noch getroffen, ey. D. Wie das muss man gesehen haben. Oder Dussel. Nein, das braucht er nicht mehr. Wir brauchen ja keine Sanitäser. Oh, das ist ein Dämmchen schwer. Der geht die ganze Zeit auf den Sack. Das ist ein Dämmchen schwer. So, das klappt doch viel mal. Da ist noch irgendwas. Boah, der leckt mich doch am Arsch. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke Also ihr habt mich bestimmt auf dem Video gesehen, ich nicht. Ich hab mich so auf dem Haus konzentriert, weil ich dachte, er wäre da drin. Aber jetzt war das auch noch ein anderer am Start. Löff doch einfach eine Granate vor der Hütte. Mal gucken was da passiert. Oh Klaus, das Flugzeug. Was sonst? Diese Cheater-Einheiten Nr. 1 hier in dem Spiel. Wenn du weißt, wie du mit diesen Dingen an uns hier jenen hast, dann tun wir hier wirklich das Schlachtfeld. Ach du Scheiße. Okay, aber ein bisschen viel. Na, mal gucken. Oh Klaus, ich lauf dann direkt in das Feuer rein. Ach, ne Leute. Ich bin doch blöde. Oh, der ist in der Schiengebär. Ist doch kein Rund. In deiner Position ist ein Klammschützen hier drin. Ach, okay. Das hat mir was mit Lufthangriff zu tun. Ich geh' wieder zurück. Auffassen! Feindlicher Spare gesichtet! Was sonst? Ja, warte mal. D. Leute, geh' mal rüber zu D. Aber diese Riesensprünge hier ja nicht. Na, bleib' dich da stehen. Ja, vergiss' das Haus. Ja, ja. Mit Sniper werde ich mal wieder weggeballert. Weil die hocken an irgendeiner Ecke unter dem Stein und versuchen noch etwas wegzuballern. Naja. Ach klar, von hinten. Selbstlader. Keine Ahnung, wie das jetzt von hinten kommt. Aber wenn man da jetzt auf dem präsentierten Teller steht, ist das wirklich klar. Okay, da habe ich mir oben, dann mache ich schon mal nix. Ich dachte, ich wollte einen Helm. Nein! Was? Ich versuchte zu sterben ständig. Ach klar! Ich dreh' mich um, da ist ein Feind. Der Klassiker. Echt nicht schön, aber selten Ich möchte D in D-Seite nicht so Ah, nein Oh, nein Einfach ein bisschen beschäftigen Oh, das war zu spät, tut mir leid Ich hab's nicht gesehen Oh, so geht's auch Wenn der Schneider stirbt, ist der Schneider Wieder im Leben Doch Ich weiß nicht, warum ich immer in Richtung Hausfeuer Wahrscheinlich, weil da immer Leute verbote Ich hab's jetzt schon mal den Typen gesehen, der mich sonst noch mal weggeballert hat Und da kommt das hier, wer entgegen geflogen Wird's wohl auch getroffen haben Mit einer Granate oder irgendwas in Richtung Wie wär's, wollen wir mal Richtung E, mal weiter gehen Richtung F Hier sind die Wege auch viel, 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 viel weiter Ich hab das Gefühl, danach, ich grau mich übers Feld Wir haben Einsatzziel, Friedrich, erobert Bis zum Anfang kriegt er mich doch sowieso nicht mit der Waffe Ich höre doch schon wieder, irgendwelche Leute sterben Was ist das in der Richtung? Was ist das in der Richtung? Hab ich vor, aber Die wird auch noch hart gekämpft Ach, hier kannst du gar nicht spotten Toll Ja, super, dann kommt mal her Und der Schuss in den Kopf Das Ganze behandeln Das ist doch kein Problem für einen Mediziner Einfach auch Ein Pflaster drauf Jod drunter Morphium in die Kippe Und dann geht's los Da steht es wie nur eins Welches hier? Und die sterben alle weg Ich hab da keinen Bock, da lang zu laufen Ich geh mal hier nach Ach, da bist du Na, toll Kommt noch schon der nächste Sanitär Da weiß ich schon immer, wo der nächste Feind ist Aber ich fürchte, der weiß es auch Meine Fresse, ey Da steht die an der Ecke heute nachher und feuren rein Manchmal ist das wirklich Assi-mäßig Auch wenn das natürlich irgendwo verständlich ist Trotzdem Assi Ja, der ist weg Das war doch unser Bin sonst einer, der schon im Deck danach war Ich bin Ach Gott, ich hab's doch getroffen Und ich hab's wesentlich getroffen Oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh, da sitzt immer noch einer da drauf Schnellboote, Boote, Boote Ich geh noch mal, viele Sachen Ich könnte mal wieder ein bisschen mit Den Speer herum sperren Augen aufs Speer Hey, warte mal, der ist doch der Feind Ach, der ist auch der Feind Leute, hier sind überall Feinde Das ist so, ein Feind kommt selten allein In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar Wir haben Einsatzziel Emil erobert Ebenig, es macht doch keinen Sinn, irgendwie zu spotten Ich hab's die ganze Zeit nur versucht Aber zeigt nichts an Was soll denn das? Wir verlieren Einsatzziel Emil Wahrscheinlich irgendwas drin gehacken Wo bitte nur Luft? Interessanterweise erwische ich den nicht Wo ich draufhalte Ach, Mann Junge, sucht euch doch mal einen anderen Weg Oder andere Leute Nicht nur einen anderen Weg Aber andere Leute Also, so ein bisschen geht er mir schon langsam auf den Sack Oh, hier sind auch schon noch drei, vier Leute Tja, ich kann nur mit meinem Arsch dann auch hier stehen bleiben Wunderschön Meine Fresse, was ist denn das hier? Ich treffe den einfach nicht Ich gehe kaputt Wo drin ist die Hölle los? Ich treffe die einfach nicht Ich kann draufziehen, was ich will Ich müsste schon rangehen auf einen Meter Und die in die Birne treten Jetzt endlich mal einer Der jetzt Bisschen Respekt vor mir hat Mit der Waffe Mit der Entfernung Ich werfe in der Grundnade Und ihr werft sie zurück Mal gucken, ach, da hinten Ah, ihr versteht Die Entfielt Klar Vergiss es Dafür ist meine Waffe jetzt nicht zuständig Aus ungefähr 100 Kilometer rauszuschießen Hier auch Ah, ja Das war mir jetzt ein bisschen überraschend gewesen Es kommt um die Ecke Und was, was zum Geier war das jetzt? Aber gut Ich müsste ja dann doch mal langsam die Waffe wieder wechseln Das ist nicht so gut So In der komme ich sowieso eher zurecht Ich muss nur in die Richtung zielen und schießen Der Rest macht der Zufallsfaktor Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert Damit geht es nicht Also damit geht es besser als meiner jetzt Wenn ich so Äh So Noch mehr cleverne Pfeilen hier legt Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert Ich bin doch der Einzige der reingelaufen ist, oder? Kann man natürlich auch machen Man kann hier nochmal gucken Ob der alles hinkriegt Und wenn nicht Dann nachher Dann stehen wir zumindest draußen Und feuern noch weiter rein So Das Dumme ist dann nachher Ich kann jetzt hier Granaten reinfeuern Alles kein Problem Aber das bringt mir ja nicht Dann die ganze Zeit draußen stehen zu bleiben, Leute Wobei andererseits doch Wenn man dann nachher viel, viel mehr Leute sind Kann man doch lassen eigentlich Gehen wir mal rüber zu den C C ist okay Dann zu D Wenn ich da noch um die Ecke springt Och klar Und das ist dieses Morgen schon wieder Na komm Also bei E bräuchte ich doch nicht das hin Das ist für ihr sinnlos Oder was Nein Och man Ja Ist doch schon wieder der Smorgon Ich glaube das ist mein Todsfeind jetzt mittlerweile Also ich bin tot und er ist Feind Ach Maaaann Aber zumindest ist hier irgendwie alles noch zu retten Na klar Ich sage dazu nichts mehr Kein Kommentar Aber wir Gewinner von dir mal Na Bleib doch nie überhängen Zack Tot Sieg Ihr Idioten Ich habe keine Ahnung Mir ist egal Ich höre jetzt eh auf Es war schön mit euch Leute Das hat echt Spaß gemacht Ja ich gehe jetzt langsam mal Milch trinken Und Ein bisschen Obst essen Und dann mich langsam mal auf ein Abendbrot vorbereiten Und so der typische Tag Ich habe ja auch so viel Hunger Ich habe ja zwei Burger gegessen Ich habe selbst gemacht Ein bisschen Süßkartoffelfries dazu Ich super lecker Hatte ich gestern auch schon Aber irgendwie muss man in Masse erstmal alles klarkommen Und Ja Hatte ich lange nicht mehr gehabt Ich schätze mal es dauert Und weil ich ein bisschen wieder Nächsten Burger esse Ich esse es sehr gerne Aber natürlich Ich esse immer alles einmal zu viel Und dann ist erstmal Schluss Ich habe ja auch Ich habe ja auch die Wacklenare Dieses Jahr Wie jedes Jahr Einmal zum McDonalds gehen Das ist wirklich so Ich gehe jedes Jahr Einmal zum McDonalds Aber auch nicht mehr Ich bin jetzt nicht der typische McDonalds Gänger Gut Das war's Leute Das Spiel ist vorbei Ich wende mal die Aufnahmen Und ihr Drückt mal fleißig nochmal auf das Battelchen Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Tschüss